Was steht da? Wetten, dass? Nein. Doch, doch, das wird Wetten, dass sein. Nein, es ist Wetten, wer nicht. Ich habe Wetten, dass geliebt. Ich habe das immer mit meiner Oma geguckt. Mag ich. Schauen wir mal. Ist dann ja wahrscheinlich das Gegenteil. Ich denke, wir werden immer nur die Namen von uns aufschreiben müssen, wer es nicht schafft. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Schön ist so was, zu überlegen und Wetten abzuschließen, wer was kann oder wer vielleicht das nicht kann. Wetten wir nicht. Die Köpfe lassen sich hier richtig was einfallen in der Bude. Okay. Liebe Reality-Stars, es ist einfach unfassbar unterhaltsam, auf das Können von anderen zu wetten. Noch witziger ist es allerdings, darauf zu wetten, was andere eben nicht können. Und genau das machen wir heute. Scheiße, Alter. Tommi war leider zu teuer, aber wir haben acht wunderbare Wetten. Die Stars müssen bei jeder aufschreiben, wem sie die Erfüllung am wenigsten zutrauen. Der Star mit den meisten Negativstimmen muss zur Wette antreten. Wenn er wie erwartet völlig versagt, ist das Safety-Spiel für ihn vorbei und er kann in der Stunde der Wahrheit aus der Show gekickelt werden. Gewinnt er aber die Wette, so darf er einen der Stars, die ihn nominiert haben, aus dem Spiel werfen. Wow. Krass. Alle ausreichend motiviert? Ich gehe natürlich von der Tendenz da aus, dass sie mich auf jeden Fall rauswählen werden. Der letzte im Spiel verbleibende Star ist safe bei der heutigen Stunde der Wahrheit. Cool. Ich glaube, das kann amüsant werden. Auf geht's, packmaß. Ladies and Gentlemen, die erste Wette. Versenke einen Ball in einem Basketballkorb, ohne dabei deine Hände zu benutzen. Du hast drei Minuten Zeit. War sowas wie Schachspiel. Was glauben unsere Stars? Wer von ihnen kann's am schlechtesten? Meine Taktik ist, so ein bisschen gucken, was die anderen aufschreiben, links und rechts. Ich habe dann bei Eva gesehen, sie schreibt Emmy auf. Ich habe keine Ahnung. Klar, das Spiel war für Emmy eigentlich sehr, sehr schwer mit dem Basketball. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt auch ihren Namen schreibe, dann hat sie ja die Möglichkeit, mich zu kicken. Deswegen habe ich irgendeinen Namen aufgeschrieben. Ich muss ja jemanden schreiben. Was soll ich denn machen? Der entweder nicht drankommt, dass ich safe eine Runde weiter bin, oder halt jemand, der mich dann nicht wählt. Amy! Es ist 3-3. Ja, wer ist es? Bernd und Amy. Gleichstand. Gleichstand. 3-mal Bernd, 3-mal Emmy. Die Neuankömmlinge müssen entscheiden, wer es macht. Ich habe so Herzrasen. Beim Sascha merke ich, er flüchtet immer so ein bisschen von mir. Und hat mich eigentlich auf dem Kicker. Wir wählen die Emmy. Das ist unmöglich! Ohhhh! Sie haben direkt bewiesen, sie sehen in mir die Konkurrenz. Das ist unmöglich für mich, das zu machen. Sie nutzen die 1. Chance aus, um mir diese Safety-Möglichkeit wegzunehmen. Das ist echt richtig kacke! Wirklich! Deswegen muss ich hier eigentlich am allerhärtesten kämpfen. Fickt euch! Zutrauen tue ich ihr alles. Die Idee ist super! Ich traue es Emmy eigentlich nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Au! Aber es war nicht schlecht! Ja! Also Emmy und Basketball ist so wie ich und Diät. Kessel! Das ist halt schon sehr hoch und sie ist halt sehr klein. Come on! Das hat nicht geklappt. Ich habe schon gesehen, ich war sehr nah dran. Ja! Der war knapp! Dann hat es auf einmal geklappt. Krass! Hätte ich nie gedacht, dass Emmy das schafft. Es war einfach nur super, den allen zu zeigen. Hier, Alter! Das Dämlichste, was man machen hätte können in dem Moment. Oh, das war schlecht. Das war dumm. War nicht so eine gute Idee. Weil die eigentlich heute jemanden rausschmeißt. Oh, das ist mir scheißegal. Das war dumm, würde ich sagen. Emmy hat die Wette gewonnen und das hat Folgen. Ah! Jetzt darf ich ja jemanden rauswählen, der sofort gehen darf und das Safety verliert. Nominiert wurde sie von Matthias, Percival und Eva. Eva! Ich wollte Matthias einen Gefallen tun, damit er jetzt auch bloß nicht auf die Idee kommt, mich rauszuschmeißen. Mach's dir gemütlich! Karma is a bitch und bald sitzt sie neben mir. Die nächste Wette, wer hat am wenigsten Talent dafür? Die Stars entscheiden. Was kann das denn jetzt werden? Hier? Ich mach's mit Zubereitem oder so oder was? Trinke einen Cocktail, den dir deine Co-Stars zubereiten. Uah, ich geht das Zwiebeln dabei. Ich geht! Jeder darf dabei eine leckere Zutat bestimmen. Das war widerlich! Ja, und wer darf den Cocktail schlürfen? Die meisten Stimmen kriegt... Matthias, ne? Matthias. Ja, Matthias. Ich musste antreten. Wuhuhu! Ich hatte sofort meine Dschungelprüfung. Wassermelone! Ihr seid doch Freunde, ey! Lecker schmecker, hör mal! Kokosmilk! Wuhu! Also der wird jetzt mit diesem Kindergartengetränk da jetzt keine Probleme haben. Ich mach dir mal Chips rein, kleinen Snack. Ich möchte, dass es wieder süß zwischen uns wird. Zuckersirup. Der hat im Dschungel irgendwelche Roden geschluckt und gegessen. Koriander. Ich denk mal Knoblauch. Parmesan. Das ist ein Milchshake für Matthias. Er darf sogar selber mixen. Matthias, gönn dir! Stößchen auf euch! Auf den ewigen Ruhm. Hat er schon schlimmere Sachen im Mund gehabt. Also wird er das ganz einfach runterschlucken. Emmi. Mir war Kotze schlecht. Boah! Aber Wette gewonnen, ja. Paul, Julia oder Emmi? Wen kickt Matthias aus dem Safety-Spiel? Spieleweise. Ja, das ist echt. Emmi. Ja, muss ich echt sagen, finde ich jetzt echt scheiße von dir. Weil ich hab dich gerade nicht gewählt. Also Matthias ist komplett unten durch bei mir. Das sind alles drei Leute, die ich hier haben möchte. Was soll ich machen? Ja, ich will dich auch hier haben und hab dich auch nicht rausgewählt. Weißt du? Also, meine Maske ist sowas von gefallen. Das ist das Spiel, sorry. Wow, du bist echt ein schlechter Freund. Logische Konsequenz, dass man Emmi nach ihrem Verhalten mit den Stinkefingern auf die Strafbank setzt. Nein, was soll ich denn machen? Ja, Dankbarkeit zeigen! Das hättest du machen können! Sorry. Wirklich, ich hab sie ausschreien lassen. Was denn sonst? Reiß dich zusammen. Huck dich hin, halt dich aus. Ja, wahres Gesicht gezeigt! Nein, gar nicht! Dafür wird er bezahlen müssen, dass Emmi die Chance auf Safety genommen hat. Und das mit so einer hinterfotzigen Art und Weise. Aber eine freut's. Komm, I'm a bitch. Hm, so ein schönes, teamförderndes Spiel, oder? Buchstabiere vier von acht komplexen Wörtern, fehlerfrei. I could get used to this. Percy! Hier kommt dein erstes Wort. Nämlich! N-E- Fuck! Er ist im Melken und er wird es schwer haben. Stehgreif! Und dann gab's auch ein paar Wörter, die ich nie in meinem Leben gehört hab. S-T-E-H Ich hätt auch jetzt mit H gesagt. Ich hab das Wort noch nie gehört. Selbst ich hätte, glaub ich, schon Schwierigkeiten gehabt. L-Y-B-I-A-N Fuck! K-A-R-R Ja, scheiße! E-Q-I-V-A-L-E-N 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 Ha-ha! Bei Percy fand ich's ein bisschen schade, dass er wirklich da jetzt bestabieren musste. Aber, that's the game! Jetzt muss der Bachelor Immanuel Kant vorlesen. Harter Tobak, selbst für studierte Philosophen. Ein Dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst einiger Kultur ihn zu einem in allerlei Absicht brauchbaren Menschen machen könnte. Paul kann definitiv lesen. Also, er ist halt der Bachelor. Der Bachelor kann einfach alles. Da sieht er nun, dass er unmöglich wollen kann, dass dieses ein allgemeines Naturgesetz werde. Der Paul hat natürlich auch studiert. Also, das war für den ein Kinderspiel. Weil sie ihm doch zu allerlei möglichen Absichten dienlich und gegeben sind. Schau, schau, der Bachelor kann Kant. Wen wirft er aus dem Spiel? Serkan oder Sarah? Es ging ja um Sarah und mich. Und ich wollte jetzt Sarah nicht die Chance nehmen, dass sie sich saft. Ich habe dann so gemacht, schmeißt mich raus. Es wäre doch viel zu einfach, Sarah zu nehmen. Let's the game started. We're second! Was? Für mich ist okay, dass ich mich jetzt nicht safen kann. Weil es gibt andere Kandidaten, die es dringender brauchen. Ey, ich heul gleich. Ehrlich? Nee, ernsthaft jetzt? Da! Ach, Quatsch! Nee, jetzt ernsthaft? Wirklich, Paul? Gerne. Ja, klar. Boah. Nee, jetzt ernsthaft, Paul? Ja? Ach, Quatsch, Mensch. Du kämpfst hier. Ich bin immer noch kein Freund von Sarah, ja? Und was Sarah gemacht hat, finde ich immer noch nicht gut. Aber ich finde, wie sie sich zurückgekämpft hat, das, finde ich, muss man irgendwie belohnen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen und ich kann wirklich sagen, das hat der Paul schon wirklich ernst gemeint. Und jetzt muss Daniel ran mit der Wette, nenne zehn Hauptstädte Europas in 45 Sekunden. Der Daniel, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der hat auch Wortgewandtheit und hat vor allem Allgemeinwissen. Der wird das schaffen. Paris, Prag, Berlin, Warschau, Madrid, Kopenhagen. Aber zehn Städte ist schon sehr, sehr krass. London. Aber ich glaube, er kriegt das hin. Budapest, Bucharest. Ich hoffe es zumindest. Wien. Ich warte auf den Moment, bis Daniel drankommt und Matthias rausschmeißt. Hab ich zehn? Hammer. Daniel hat die Wahl. Julia, Paul oder Sarah? Scheiße, das, was Matthias hier nicht gesehen hat. Du hast recht, Paul. Und ähnlich wie du sage ich auf keinen Fall Sarah, denn sie fightet hier, seitdem sie zurück ist. Paul. Ich konnte mich nicht saven, aber ich bin positiver Dinge, dass ich heute nicht ausscheiden werde. Das war jetzt die zweite Chance, die ich bekommen habe, so von dem einen oder anderen. Und danke. Der nächste Gladiator, Widerwillen, darf zwei Minuten lang nicht lachen. Normalerweise für Matthias kein Problem, aber er muss eine Schikane meistern. Die anderen werden ihn zum Wirern animieren, als Live-Kasperle-Theater. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Show. Zirkus, Zirkus. Das wird bei den Deutschlands verstörendsten Bildern auftauchen, Top 10 auf Platz 1 landen. Und hier kommen sie, meine Gäste. Das hatte nichts mit jemandem zum Lachen zu bringen, das war eher schon fast wie so. Ich kam mir ja fast vor, als wäre ich irgendwie überfallen worden in der Wohnung und geknebelt worden. Ich bin die Paula, ich bin noch fauler als dieser Paul, der reitet auf nem Gaul. Also, das war wirklich ein Satz mit X, das war nix. Mach doch mal. Es war voll unlustig, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's geschafft, juppie, Wette gewonnen. Da hat man wieder gesehen, dass ich es halt gelernt habe, mein Gesicht ganz oft zu kontrollieren. Ich bin nie im Leben gelacht, das war so, das war Fremdscham einfach nur. Wien wirft er raus. Sarah. Gut gemacht. Okay, für dich, ne? Klar. Dann schmeißt Matthias mich raus. Was ist da los? Da sieht man, es gibt Menschen, die gehen wirklich auch über Leichen, um zu gewinnen. Nächste Wette. Fülle innerhalb von sieben Minuten Wasser mit mindestens einem der dir zur Verfügung stehenden Hilfsmittel voll im Aquarium in ein Leeres. Und wem traut das leider keiner zu? Matthias. Warum ich schon wieder? Matthias, du kannst das. Matthias ist jetzt schon wieder dran. Ich weiß es nicht. Mir gönnt wahrscheinlich niemand, dass ich safe sein darf. Das war sofort meine Taktik, wie ich den Schlauch gesehen habe. Den Schlauch befüllen, zuhalten und dann Vollgas. Komm Matthias, sag es bitte selber. Ich bin ganz gut im Saugen und im Schlucken. Danke, aber schlucken sollst du das hier nicht, ne? Du alter Schluckspecht. Geil, Matthias. Yay, fast geschafft. Bumbe. Also hätte man nicht besser machen können. Respekt an ihn. Hat er toll gemacht. Absolut verdient gewonnen. Mr. Unbesiegbar, Junge. Wette gewonnen. Ich bin mega stolz, aber ich bin auch total fertig mit den Nerven. Hat Matthias im Eifer wohl zu doll gesaugt? Ich habe wahrscheinlich echt zu viel Luft irgendwie auf dieses Parmesan-Koriander-Shake da echt drauf gehabt. Also ich habe eh schon die ganze Zeit diesen Knoblauch und diesen Parmesan aufgestoßen. Ich habe echt gedacht, das ist wie Carbonara. Bernd. Bernd fliegt aus dem Spiel und der Cocktail fliegt aus dem Matthias. So. Ja, also das war echt auch wieder so die Peinlichkeit der Nation, ne? Boah, krass. Aber ich glaube, ich bin komplett geresettet. So, weiter. Dankeschön. Man hat halt mal eben kurz gekotzt, da bin ich wieder da, fertig und that was the game. Schnell zur nächsten Außenwette, färbe dein Gesicht bis nach der Stunde der Wahrheit. Daniel wurde auserwählt, er muss sein Holdes Antlitz für mindestens 60 Sekunden in die blaue Suppe tauchen. Das ist nicht richtig mit euch. Und jetzt, er wird das antreten. Und wen wird er danach rausschmeißen, um im Finale um das Safety-Ticket erneut zu kämpfen? Wenn mein Sohn das sieht, dann muss er mich jetzt immer Papaschlump nennen. Der blaue Jungen von St. Pauli. Daniel is fucking amazing. Ja, bei der Stunde der Wahrheit so auftauchen zu müssen, ist schon eine Nummer. Wen wirft Daniel aus dem Spiel? Und wer wird sein Gegner im Finale? Ich möchte euch natürlich beide raushaben, denn ich will das Ding hier gewinnen. Matthias, ich finde, du hättest eben Julia rausschmeißen müssen. Um Sarah eine Chance zu geben, sich zu safen, wollte er aber nicht. Das mache ich jetzt selber und deshalb gehst du als Erstes. Sehr gern. Tja. Das bedeutet mir gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich hatte jede Menge Spaß an diesem Spiel. Mir hat es mega Spaß gemacht. Lieber ein guter Verlierer wie ein schlechter Gewinner. Ich habe drei Spiele gewonnen. Du bist raus, nimm Platz und fang an zu schwitzen in der Sonne neben mir. Ekelhafte Frau. Das Finale. Ein Duell. Julia versus Daniel. Wer es gewinnt, ist heute safe. Platziert durch Schwingen einen Ping-Pong-Ball in einem Becher. Wer es als Erstes dreimal schafft, gewinnt Safety. Dann lass uns mal die Eier schaukeln. Richtig nervös bin ich nicht. Ich habe einen Heiden Respekt vor ihr. Einfach ein starker Gegner. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich bin Sportler durch und durch. Ich habe viele Kämpfe bestanden und weiß, dass man in diesen Situationen cool bleiben muss. Ich will mich unbedingt safen. Gerade, weil es am Anfang relativ schwierig für mich war. Unser Safety-Spiel mal wieder eine ganz geschmackvolle Nummer. Komm mal. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus bei Julia. Daniel ist ein Mann. Diese Hüftbewegung, das ist ja voll was Bumsen angeht. Also das muss er können. Emi. Nennen wir es ein Spiel der Liebe. Und diese Bewegungen macht eine Frau auch nicht. Ich habe es dann lieber elegant probiert zu lösen. Ich hoffe, es sah elegant aus. Ganz ehrlich? Ne. Ja, da ist halt Daniel im Klaren Vorteil. Der kann die Übung am besten. Guck. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Daniel ist gesaved. Hast du dreimal? Was? Ich bin weiter. Sehr geil. In dem Fall würde ich natürlich Julia das Safety-Ticket mehr gönnen wie Daniel. Das war ein Männerspiel. Ich habe zwar die dickeren Eier, aber ich habe die noch nie geschaukelt. Ich bin ein fucking Smurf jetzt. Ja, du bist.